Ja, Freunde, also ich sag mal so viel. Ganz ehrlich, man muss euch ja als Zuschauer ja auch ab und zu ein bisschen Abwechslung bieten. Und damit meine ich halt, man kann nicht immer fehlerfrei ohne einen einzigen Tod eine Challenge durchspielen. Es muss auch pro Folge mindestens einen Tod geben, damit ihr mir auch nicht einschlaft. Halt kinda risky, ne? Ist ja auch egal, wir werden auf jeden Fall jetzt, oder besser gesagt in diesem Run, werden wir es hinbekommen, Minecraft durchzuspielen. Aber wir werden es auf eine vielleicht auch ein bisschen unnötige Art und Weise machen. Wir werden es mit einer Elytra machen, denn ich möchte immer noch herausfinden, ob es möglich ist mit einer Elytra. Also ich weiß, dass es irgendwo möglich ist, aber ob es am Ende halt überhaupt so krass praktisch sein wird, weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube, das sollte ich erstmal lieber weglegen. Ich will es ohne Mist wissen und wir werden es heute in dieser Folge, egal, koste was es wolle. Wir werden es heute herausfinden. Muss man nicht den Enderdragon töten, um eine Elytra zu bekommen? Anfängerfehler. Leute, man kann sich ja tausend Blöcke wegbauen. Das bedeutet, man muss sich den Drachen getötet haben. Man muss ja nicht zwangsweise durch ein Portal travelen, sondern man kann einfach viele, viele Blöcke sich wegbauen. Und dann wirst du irgendwann im zweiten End landen. Vertraut mir. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür bereit fühle, aber... Oh, das ist der perfekte Trader. Also, zweieinhalb Stacks Pfeile. Schmeckt, nehme ich gerne mit. Wir sollten uns jetzt auf jeden Fall schleunigst danach darum noch kümmern, ein bisschen mehr Holz mitzunehmen. Und dann auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Und dann spielen wir einen... Oh mein Gott, ich sehe ihn schon vor mir. Ich gehe in den Nether rein. Perfekter Spawn. Direkt eine Bastion. Eine Festung. Rune Portal mit sechs OP-Gaps. Alles perfekt vorbereitet für den idealen Run. Kann ich mir einfach gerade zu gut vorstellen. Naja, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Gibt es hier vielleicht ein bisschen Eisen? Oh, warte mal ganz kurz. Ja, würde sagen, später kümmern wir uns darum. So, wir machen jetzt erstmal... Ah, wir brauchen eigentlich noch Kohle. Ah, hier ist Kohle. Komm, ich will mich jetzt nicht noch tausende Blöcke hier langkramen, Alter. Yes. Guck mal hier, der Riecher. Okay, was ist das hier für ein Lavasee? Ein... Das ist ein gut geeigneter. Bist du ein gut geeigneter? Lalalalalalalalalalalalalala... Oh, das sieht nach einem richtig guten... Boah, das ist ein Traum auf der Lavasee. Warte, Moment. Das ist jetzt für euch. Das ist für all die, die an mich glauben. Die immer an mich beliebt haben. Okay. Ich hab das solche... Aber ich glaub, das war okay. Okay, seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe. Wir machen uns auf in den Nether. Um unseren Plan... Oh, wir haben 20 Eisen. Das ist natürlich auch sehr geil. Dann können wir uns ja auf jeden Fall nochmal eine Eisenachse machen. Und vor allem können wir uns nochmal eine zweite Eisenspitzhacke machen. Aber dann sollten wir uns auf jeden Fall... Ja, okay. Also das muss ich schon machen. Ein Eisen muss nochmal gesmeldet werden. Rein in den Nether. Warte, ich seh den Spawn. Ich seh den Spawn. Ich seh den Spawn. Instant-Festung. Instant. Joa, geht. I guess. Ich muss auf jeden Fall gut darüber nachdenken. Ich darf nicht essen. Ich darf nur essen, wenn ich mir darüber im Klaren bin, was das für Auswirkungen haben kann. Alright. Oh, ich seh den Spawn. I like that. Aber wir gehen zuerst, würde ich sagen, in den blauen Wald. Wir machen uns einmal ein Gold-Piece. Um erstmal safe zu sein von den bösen, bösen Monstern. Und dann holen wir uns mal ganz kurz, bevor wir die nächsten MLGs machen, ein paar Vines. Dann würde ich mal sagen, mit unseren Twisting Vines sind wir jetzt auch ready, um vielleicht die ein oder andere Blaze ranzuholen. Ich meine, wir haben gute Rüstung, wir haben gutes Equipment, wir haben sogar einen Bogen. Und wir hätten auch einfach dort lang gehen können. So viel jedenfalls dazu. So, hier sind wir auch erstmal safe in einer wunderbaren Festung vor MLGs, die wir vielleicht nicht schaffen. Weil hier kannst du halt auch gar nicht nach oben fliegen. Weil eben, ja, also, ihr seht es ja selber. Ich werde jetzt nicht die ganze Decke freibauen, um dann sozusagen nach oben fliegen zu können. Aber ich meine, wir können es da auch mal ganz kurz einfach mal genießen, dass wir so einen kleinen Luxus hier haben. Die Kisten können wir auch gerne looten, ein paar Diamant... Wahnsinn, nehme ich auch immer eigentlich gerne mit. Okay, aber da, oh, da sind mindestens vier Dias. Oh, doch, nur zwei, aber zwei nehme ich auch mit. Manche sind so ein bisschen, du willst Minecraft durchspielen, aber du willst eine Elytra holen? Ist das nicht super, super kontraproduktiv oder irgendwie nicht unnötig? Yo, ist es. Aber ich will herausfinden, ob das halt einfach cool ist. Also, ich will wissen, wie nice ist es, in dieser Challenge zu fliegen mit einer Elytra und dann einfach mit Essen hochfliegen zu können. Sprich, du brauchst keine Raketen mehr, sondern nimmst einfach als Raketenersatz Essen. Übertrieben angenehm. By the way, haben wir gerade aus zwei Blazes zwei Rods bekommen. Mojang, geht es euch noch ganz gut? Das kommt mir nicht ganz normal vor. Vielleicht, komm, jede Blaze droppt. Ja, die hat safe voll gedroppt. Da liegen jetzt vier und jetzt die fünfte. Okay, so viel dazu. Man hat kurz geträumt. Hallo. Vier Quattro. Aber die droppen echt sehr, sehr, sehr gut, Alter. Warte mal, sechs Stück aus neun Blazes? Zwei Drittel Drop-Wahrscheinlichkeit? Richtig gut. Acht Blaze Rods. Fertig. Finito Bandito. Warte mal, wir haben acht Stück aus elf gekillten Blaze Rods. Oh, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie holen wir uns die Enderman ran? Enderman könnten wir über den Warp Forest holen. Könnten aber auch sagen, Piglin Trading. Piglin Trading wäre aber nicht so cool. Piglins geben dir in den neueren Versionen nicht mehr so viel Enderperlen. Deswegen lassen wir das, glaube ich, lieber. Und gehen einfach in den Warp Forest. Ich glaube, das ist die schlauste Taktik. So, Nummer eins. Bitte, ey, wenn es mit dieser stabilen Drop-Rate weitergehen könnte. Ey, ich würde mich sehr freuen. Alles klar, soviel dazu. Danke. So, wie sieht es mit dir aus? Hast du Bock? Warte, erstmal kurz essen. Wundere dich nicht, dass ich... Ich bin sehr sprunghaft. Oh, ich sehe hier einen Doppelpack. Man muss abwechselnd die immer wieder hitten, damit sie am Ende die auch droppen. Genau. Äh, ja, ich würde sagen, eine. Besser als keine. So, eine Enderperle. Wie viele haben wir gekillt? Elf. Joa. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, wollen wir über Cleric spielen? Wir können uns aber die Enderperlen über den Cleric holen. Ich glaube, das ist besser. Ey, lass mal wirklich machen. Abbruch. Missionsabbruch. Okay, Enderman. Dann machen wir es über ein Dorf. Ist mir egal. Ganz ehrlich. Ich habe da keine Lust drauf. Ich farm lieber Holz. Und dann weiß ich lieber, dass ich auf jeden Fall meine Enderperlen am Ende bekomme. Weil so macht es natürlich nicht so viel Spaß. So. Alright. Es geht nach oben. Wir switchen einmal auf den Wassereimer. Und dann werden wir einfach über den Cleric spielen. Wir haben ja eh neun. Das heißt, wenn wir einen vom Brunkstand ausgeben, ist das vollkommen in Ordnung. Lass mich raten. Wir haben das Dorf nicht abgespeichert. Aber hier ist eins. Warte mal. Also, das ist das Dorf vom Spawn, oder? Das wir auch ganz am Anfang hatten. Na, dann machen wir es jetzt so, Leute. Ihr kennt die alte Taktik. Es geht jetzt darum. Wir müssen... Warte mal. Nochmal. Nochmal. Oh mein Gott. Es geht jetzt darum, wir müssen eine Menge Holz farben. Das geht am besten dort hinten. Deswegen machen wir das jetzt. Damit wir uns Enderperlen trainen können. Es wird nun die Axt geschwungen. Let's go. Ich glaube, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal herausfinden, ob wir einen Enderperlen trainen bekommen. Nehmen wir uns das Gold. Kann uns mich auch noch mal ein bisschen was ersparen. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zu oft. So. Lapis. Zack, zack. Dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann einmal Gold Trade. Okay. Danke dir, Bro. Das ist natürlich eine ganz bittere Pille. Wir müssen unseren Plan ein bisschen abändern. Ich glaube, es gibt keine Villager mehr hier im Dorf. Deswegen machen wir einmal den hier. Klauen mal die Workstation. Aber ich glaube, was wir jetzt machen werden, ist, wir laufen in die Richtung des Strongholds, weil wir können uns ja ein Enderauge machen. Das machen wir. Nehmen uns nochmal die Warzen mit. Einen Ofen, meinetwegen auch. Dann nehmen wir das. Und dann werfen wir einmal das Enderauge. Und dann wissen wir ja, in welche Richtung wir laufen müssen für den Stronghold. Und hoffen, dass wir dann auf dem Weg zum Stronghold ein weiteres Dorf finden. Mit ein paar ehrenhafteren Villagern, die ein bisschen mehr gönnen. Es geht in diese Richtung. Bitte geh nicht kap... Südosten. Ich habe irgendwie schon damit gerechnet, dass es jetzt nicht kaputt gehen wird. All right, it's time for an MLG. Oh, oh, ich habe Angst. Das wäre natürlich jetzt doppelt bitter. Nach dem nicht so stabilen Traden wäre das eine bittere Pille gewesen. Wenn wir jetzt nochmal von vorne anfangen müssen. Oh, warte mal, ist das... Oh, das passt perfekt genau in die Richtung, in die wir für den Stronghold laufen müssen. Haben wir jetzt noch ein Dorf gefunden. Hallo. Ihr könnt übrigens nochmal einen Like da lassen. Aber da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin. Da haben wir uns wieder sehr viel Holz. Da freue ich mich. Aber wir haben auch eine Schmiede. Vielleicht haben wir dort... Boah, ich mache mir vor, jetzt so drei Dias. Dann haben wir ein Schwert und eine Axt, weil wir dann insgesamt fünf hätten. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir auf jeden Fall Dias drin haben werden. Da wird mindestens ein Dias drin sein. Ich will nicht drüber reden. Enchanter. Könnten wir machen, true. Wir könnten einen Enchanter machen. Lapis haben wir ja auch noch vom Traden. Ich denke, ein Enchanter wäre sogar am sinnvollsten. Und zwar, ihr kennt das. Zack, zack. Not bad. Dort ist noch ein bisschen Eisen. Macht so viel mehr Spaß. Mit Eisenexten, die am besten noch auf Effi entschannet sind. Ich habe by the way Effi gesagt. Na dann, Attacke. So, okay. Der Farmer wird zum Cleric. Und wir machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zack, klack. So, dann machen wir einmal den. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bitte, 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 bitte. Also, mach mich jetzt wirklich nicht schwach. Danke. Oh mein Gott, all right. Wir sind auf dem richtigen Weg. In Richtung. Welche Richtung geht es denn nochmal weiter dann? In Richtung Stronghold? Wahrscheinlich noch weiter Richtung Südosten, ne? Yes. Wehe. Danke. So, auf an die Arbeit, Amigos. Kommt. Raus da. Raus da, Kevin. Raus da. Hallo. Schneller, schneller. Ey, 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 ey. Klopf, klopf, Mann. Klopf, 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 klopf. Drei, zwei, eins. Zwei, eins. Eins. 0,5. So, du bist bestimmt viel sympathischer. So, gib du mir mal die restlichen acht. Erstmal so. Zack. Dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, wir machen uns auf in Richtung Stronghold. Und dazu geht es in diese Richtung. Okay, das wird wohl wahrscheinlich ein Ozean-Stronghold. Oder, ich weiß nicht, mal gucken. Ja, doch. Wartet mal. Weiter in die Richtung. Okay, ab jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber wir werden den Stronghold gleich sehen. Ich bin mir sehr sicher. Links. Hab ich es übersehen, oder was? Oh mein. Ah. Haha, okay. Okay. Ich glaube, das könnte eine Bibliothek sein. Also, ist es wirklich die Bibliothek? Ich glaube, die Bibliothek ist halt immer dieser größte Raum. Pass auf, guck. Guck mal, ey. Man könnte denken, ich habe echt Ahnung von dem Spiel. So, was haben wir denn büchertechnisch im Angebot? FI4. Ja, damit lohnt sich das auf jeden Fall. Sag ich mal, ein paar Blöcke zu farmen. No. Alright. Danke. Nimmt man gerne mit. So, wir müssen, by the way, hoffen, dass ein Auge schon steckt, weil wir nicht haben ein Problem. Wir nehmen, by the way, mal Eisen mit. Wir brauchen auch nochmal einen Anvil. Hallo? Ähm. Okay. Warte, ich kann einfach so zurückgehen. Ja, ähm, du, man muss manchmal auch die Challenge für seinen Vorteil nutzen. In der Pelle. Zwölf Augen. Ich sage euch nämlich, es wird nämlich auch kein einziges stecken. Hier ist der Portalraum, by the way. Guckt. Seht zu und lernt. Man muss einfach nur, oh, hä, oha, sogar zwei Augen. Not bad. Also, wirklich nicht schlecht. Gut. Was wir jetzt machen werden, ist vorbereiten. Oh, wir haben zu wenig, wir haben kein Holz. Vielleicht sollten wir uns noch Holz holen. Wir gehen einfach mal jetzt runter. Aber wenn man, ehrlich, kein Crafty-Termin ist, echt ein bisschen belassen ist. Holz im Nether. Könnte man machen, ne? So, vier Stück stecken. Wir brauchen noch acht. Also, man muss einfach mal so. Das ist schon mal da. Portal ist auch angegangen. Trick 17. Ne? Manche wollen mir mal nicht glauben, dass das so geht. Das geht auch. So, dann können wir rein theoretisch das gleich auch alles nochmal wegwerfen. Aber wir gehen erstmal jetzt hier ganz kurz rein. Sehen hoffentlich direkt mal... Bäume. Und haben auch dann direkt Holz. Und dann geht es als nächstes darum, einfach ein bisschen effizient zu farmen. Also, Steine. Ich weiß. Es ist langweilig. Wir werden ein bisschen Dias holen. Noch ein bisschen Eisen für den Anvil. Und auf jeden Fall Blöcke, mit denen wir uns dann halt in die Endcity bauen können. Wir brauchen ungefähr 1000. Aber da müssen wir jetzt halt leider durch, Leute. Wir werden es schon immer kommen. Wir werden es vor allem auch überleben. Das kriegen wir schon. Alright, finally. Dann können wir uns endlich mal unsere Elphi 4 Tools machen. Und haben sogar 8 Diamantos. Okay, wir können einmal das auch nochmal machen. Dann haben wir gleich mal einen Power-2-Bogen. Wir machen uns eine Dia-Spitzhacke. Wir können uns auch noch eine Dia-Axt machen. Und im Nether einfach Holz farmen. Ja, und dann noch ein Dia-Schwert. Ich glaube, das machen wir. Wir machen es so. Und dann... Okay, das ist schon mal gut. Dann farmen wir uns, I guess, ein bisschen Holz im Nether. Um uns auf jeden Fall stabil rüberzubauen. Weil mit Elphi 4, das kann ich euch sagen, ballerst du hier durch diese Bäume. Sehr angenehm durch. Und jeder Stack wird halt dann am Ende 64 Blöcke sein. Und das kannst du nochmal mit 2 multiplizieren. Dann hast du die Slaps. Kelp, um mehr zu fliegen. Wir werden mit Chorus-Früchten fliegen. Oder kann man Chorus-Früchte eigentlich immer essen? Ich glaube schon, oder? Ich bin sehr gespannt. Es kann sein, dass die Materie damit gesprengt wird. Hoffentlich nicht. Ansonsten wäre natürlich Kelp auch keine stumme Idee. Wir haben ja eh Kelp in der Nähe. Wir können ja nochmal Kelp mitnehmen, wenn es euch glücklich macht. Wirst du da teleportiert? Ja, das ist ja die Frage. Warte mal. Wenn ich teleportiert werde, werde ich dann an der Stelle, wo ich hin teleportiert werde, 30 oder 40 Blöcke in die Luft geschleudert. Oder werde ich erst in die Luft geschleudert und dann teleportiert. Oder passiert eventuell gar nichts. Bevor ich sterbe, so instant an Fallschaden, weil ich so irgendwie... Oh Gott, nein. Nein, ich will gar nicht dran denken. Ich will wirklich nicht dran denken. Alright. Ich denke, wir sind ready mit der Doppeltean, um den Enderdrachen eigentlich zu töten. Aber Enderdrache, nimm es mir nicht persönlich. Aber ich habe ehrlich gesagt einfach gerade nicht so zeitlos Termine, dies, das. Du weißt, wie es läuft manchmal. Busy day und man kann halt nicht immer. Du holst dir echte Lütrecher. Das war ja kein Joke von mir. Ja, wir sollten, by the way, bald da sein. Wir sind fast bei 1000. Juhu, Endcity. Alright, auf geht's. Moin. Das ist das Gefährliche. Ohne Kürbis. Alles gut. Es ist ein Timing. Also es ist eine Timing-Frage. Jo, okay, also ich muss ein bisschen an meinem Timing, glaube ich, noch ein bisschen üben. Okay, wir probieren es nochmal. Also, ich werfe die und esse jetzt. Und ich sollte vorher landen, während ich noch in der Luft bin. So kann man natürlich clever spielen. Das hat immer wieder eine Timing-Frage. Und ich verliere halt immer wieder wegen dem... Also ich verbrauche halt voll viel Essen, weil ich jetzt Schaden bekomme. Und dann halt immer wieder neu regeneriere. Wir finden ja bestimmt bald eine Endcity. Oder ist Kursfrüchte? To be honest, habe ich ehrlich gar keinen Plan, was dann passiert. Wollen wir mal eine Kursfrucht essen? Vielleicht ist eine Kursfrucht the way to go. Wir essen und müssen eigentlich teleportiert werden in die Luft. Aber wir werden auch wegen der Kursfrucht zuerst teleportiert. Dementsprechend könnten wir die ganze Zeit nur Kursfrüchte essen. Dann werden wir von der Change befreit. Ja, wir werden die auf jeden Fall dann mal vielleicht essen, wenn wir mit einer Elytra in der Luft sind. Alles Gute ist, ihr seht es. Man kann sie immer essen. Was ganz praktisch ist. Juhu. Das ist nicht nur eine Endcity, das ist direkt nur das Schiff, was ich sehe, oder? Das ist nicht... Oh, ja. Ja, das ist die... Ist das die Elytra? Also... Ich glaube, das ist... Oh mein Gott. Wir sehen nicht mehr die Endcity, sondern nur das Schiff. Wisst ihr... Warte mal, was? Ich wollte... Ey, Junge. Ich wollte gerade sagen... Warte mal. Ist das eine Endcity nur mit einem Schiff? Imagine. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ich könnte, by the way, essen, um dort oben zu landen. Ja, ich weiß, dass ihr sowas gerne sehen wollt. Aber ich mach das jetzt. Lol. Das ist noch eine. Junge, was ist das denn jetzt hier? So, auf geht's. Ich will eine Elytra. Moin, moin. So, Freunde. Ihr wisst, was es hier gibt? Alter. Geil. Und noch mal ein bisschen Rüstung. Ich hab, by the way, genügend Helme, würde ich sagen. Geil. Also, was passiert jetzt, wenn ich das jetzt mache und jetzt eine Kursfrucht esse? Okay. Ich fliege nicht nach oben. Das heißt... Mich würde mal interessieren... Warte mal, wenn wir jetzt in der Luft sind und fliegen, was passiert dann? Dafür haben wir das jetzt gemacht, ja? Ich hab ein bisschen gehofft, dass wir Kilometer weit nach oben fliegen. Ist nicht schlimm? Ist nicht schlimm. Ich mein, wir haben immer in unser Dried Kelp nochmal als Plan B dabei. Mit unserem Plan B werden wir auf jeden Fall... Also, wir werden es einfach so machen, dass wir uns runterhungern auf zwei Hungerkeulen. Und dann werden wir jedes Mal Dried Kelp essen. Das füllt ja nur eine halbe Hungerkeule auf. Und mit dieser halben Hungerkeule... Lol. Da... Warte mal. Da ist noch... Wir haben zwei... Wir haben zwei Elytros. Jackpot! Okay, warte mal. Von der Logik her. Ich kann ja jetzt dorthin nach oben fliegen, wenn ich jetzt esse. Minecraft ist ein schönes Spiel. Und ich bin der Meister des Spiels. Auf geht's. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und rein theoretisch könnte jetzt die eine Elytra kaputt gehen. Und wir haben sogar zwei. Weil wir ultra lucky sind. Zack. Half Diamond. Feather Falling 4. Ach, besser geht's nicht. Besser geht es nicht. Also, das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich mal sagen... Drache! Ich bin so ready für dich. Warte mal. Funktioniert das mit... Bin ich auch in der Luft mit Potions? Oh mein. Ah, das ist nicht euer Ernst. Hätte ich das vorher... Okay, aber dann kann ich ja auf jeden Fall mich immer wieder damit boosten. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen... Ender Drache! Ich komme! Übertrieben gut. Es hat sich komplett gelohnt. Ich habe so viel Zeit eigentlich verschwendet, dass ich eben das hier erleben kann. Aber jetzt, da wir es geschafft haben und soweit gekommen sind... Absolute worth. Alright, Freunde. Ich würde mal sagen... Ender Drache. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es heute richtig gut. Und ich habe richtig, richtig Bock. Aber wirklich richtig, richtig Bock. Heute gegen dich. Auf eine etwas andere Art und Weise, das Spiel zu spielen. Dementsprechend, let's go back. So einen guten alten Kollegen. Lass mal sterben. Ach. Lass mal lieber nicht in den Kristall fliegen. Falls ihr mich fragt, ob es Spaß macht. Es macht Spaß. Moin Drache. Wie geht es dir denn so? Wollen wir uns mal vielleicht auf einen... Weiß ich nicht. Auf einen Kampf auf einer Höhe einlassen? Dann sage ich mal... Ab geht da. Also jetzt einmal die andere Lüte reinmachen. Jetzt macht es natürlich auch nicht mehr so viel Spaß als Drache. Wenn der andere auch eine Drache ist. Oh. Bin schon wieder auf dem Boden. Ender Drache. Oh. Aber jeder Schuss ein Treffer? Was ist denn los? Moment. Oh. Es ist ja viel leichter, dich so zu treffen. Was? Euch tut gerade der Drache leid? Ich finde, dass wir uns das jetzt mittlerweile hier absolut verdient haben. Junge, er kommt nicht zu einer Perch. Junge, ich treffe alles. Das ist insane. Lieber Drache, ich würde sagen, interessante Challenge würde ich auch sagen. Und es ist erstmal geschafft, meine Damen und Herren. Zwei Stunden, 57 Minuten und eine knackige Sekunde haben wir gebraucht, um dieses Equipment ranzuholen und um den Kollegen zu töten. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und, äh, ja, euch nur das Beste. Mom. Ähm, hat keiner gesehen. Wir machen es lieber heute mal auf eine coolere Art und Weise. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Buh, 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 Buh. Buh, Buh. Vielen Dank.